Vielen lieben Dank für die Einleitung und die Begrüßung. Ich glaube, ich nehme es doch einfach in die Hand. Guten Tag, meine Damen und Herren und sehr herzlichen Dank für die Einladung hier, den Keynote und den Impuls zu geben bei der diesjährigen Kultur B-Digital. Mein Name ist Wenzel Mehnert, wie gerade schon gesagt, ich bin Zukunftsforscher am Austrian Institute of Technology in Wien und habe über die Universität der Künste eigentlich einen Hintergrund in den Kulturwissenschaften und damit vielleicht auch einen etwas anderen Zugang zu dem Thema Zukunftsforschung, als der Begriff weithin vielleicht annehmen lässt. Wenn ich von Zukunftsforschung spreche, spreche ich eigentlich von Imaginationsforschung. Das heißt, die Erforschung davon, was für Vorstellungen uns umtreiben, wenn wir über die Zukunft nachdenken, von sogenannten sozialen, geteilten, imaginären, also Vorstellungen, die wir in unserer Kultur haben, auf die wir immer wieder zurückgreifen und damit auch individuell über die Zukunft nachdenken. Ich betrachte da also Zukunftsvorstellungen als Produkt der Kultur, die im Austausch aus der Kultur heraus entstehen. Ich schaue mir an in meiner Arbeit, wo diese Vorstellungen herkommen, von wem sie gesagt werden, mit welchem Zweck sie gesagt werden, aber auch, was sie über uns als Gesellschaft ausdrücken. Und natürlich auch, wie man sie anders denken kann, also wie kann man Reimagination betreiben, wie können wir uns Sachen neu vorstellen. Dabei ist die folgende Prämisse in meiner Arbeit besonders wichtig. Die Zukunft beginnt zuerst in unserer Vorstellung. Und denn das, was wir uns vorstellen können, ist das, was wir von der Zukunft erwarten und woraufhin wir die Zukunft auch gestalten können. In der Zukunftsforschung verwendet man dafür gerne diese Darstellung hier. Das ist wie folgt zu lesen. Auf der linken Seite, von mir aus rechten Seite, sehen Sie die Gegenwart und nach rechts hin öffnet sich dann die Möglichkeit der Zukunft. Die Punkte stehen hierbei für verschiedene Zukünfte, also Vorstellung davon, was passieren könnte. Und die Unterteilung, die Sie anhand dieser gestrichelten Linien sehen, das sind Aussagen über die Validität dieser Zukunft. Im mittleren Kegel finden sich Zukünfte, die für uns wahrscheinlich sind. In dem nächsten Kegel finden wir Zukünfte, die möglicher Reise eintreten könnten. Und danach Zukünfte, deren Eintreten wir als sehr unwahrscheinlich begreifen würden. Alles innerhalb dieses Trichters bezeichnen wir als Vorstellungsraum. Also alles, was wir uns vorstellen von der Zukunft, lässt sich irgendwo in diesem Bereich verorten. Und dieser Raum wird bestimmt durch unsere Annahmen, durch unseren Weltblick, durch unsere Art und Weise, wie wir die Welt begreifen. Alles außerhalb dieses Modells, da wird es interessant, das sind die Vorstellungen von der Zukunft, die für uns im wahrsten Sinne des Wortes unvorstellbar sind. Ich kann Ihnen tatsächlich hier auch kein Beispiel für geben, denn gut, unvorstellbare Sachen lassen sich schwer artikulieren. Ich möchte Sie bitten, denken Sie mal an eine Zukunft, die für Sie wünschenswert wäre, aber die Sie völlig unwahrscheinlich halten. Also es wäre schön, wenn Sie eintritt, aber irgendwie sind Sie nicht ganz so überzeugt, dass das passieren wird. Schreiben Sie diese Vorstellung kurz auf, zum Beispiel in einem Handy oder mit einem Stift auf einem Blatt Papier. Das muss nicht lang sein, es reicht, wenn es vielleicht ein Stichwort ist oder ein kleiner Satz. Es muss auch nicht groß elaboriert sein, es ist nur eine kleine Fingerübung für das, was heute Sie über den Tag hin begleiten wird. Wichtig dabei, wie gesagt, die Vision sollte Ihnen gefallen und Sie sollten meinen, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Zukunft eintreten wird. Gut, ich sehe tippende Finger und leuchtende Gesichter. Falls Sie noch eine Zeit brauchen, machen Sie es gerne, ich gehe einfach mal weiter in der Zeit. Ich möchte Ihnen jetzt mal so eine unwahrscheinliche Zukunftsvorstellung präsentieren und es wird Sie vielleicht wundern, wir gehen für diese Zukunftsvorstellung in die Vergangenheit. Dieser Herr hier, das ist Gottfried Daimler. Vielleicht kennen Sie solche Aussagen von den lustigsten Fehleinschätzungen der Technologiegeschichte. In diese Kategorie gehört auf jeden Fall auch dieses Beispiel. Im Jahre 1895 soll Daimler also gesagt haben, für die, die die Person nicht kennen, Gottfried Daimler ist Entwickler des Verbrennermotors und auch Erfinder einer der ersten vierredrigen Vehikel. Er soll also gesagt haben, dass der Markt für Autos nicht größer sei als 5000 Modelle. Der Grund dafür ist, dass es schlichtweg nicht genügend Chauffeure geben würde. Heute wissen wir, dass Daimler offensichtlich falsch lag und können uns eigentlich nur wundern, wie kommt jemand mit seiner Expertise zu so einer Fehleinschätzung? Versetzen wir uns dabei zurück in seine Lebenswelt, ist diese Verwunderung vielleicht gar nicht mehr so groß. Ende des 19. Jahrhunderts sahen Autos so aus. Das Auto, wie es oft bei Technologien ist, die gerade am Entstehen sind oder gerade in den Markt gekommen sind, war damals noch ein Luxusgut. Leistbar nur von wohlhabenden Menschen, für die es völlig selbstverständlich gewesen ist, dass man sich in solchen Vehikels mit einem Chauffeur durch die Gegend bewegt hat. Nicht zuletzt auch, weil der Vorgänger des Autos, natürlich die Pferdekutsche, auch einen Chauffeur brauchte. Also wird es hier logisch weitergedacht. Wenn wir das jetzt auf diesen Zukunftstrichter übersetzen, auf den Futures Cone, den wir gerade angeschaut haben, kann man also sagen, aus der gegenwärtigen Annahme von Daimler heraus sieht der Vorstellungsraum, also das, was sich Daimler vorstellen kann, ungefähr so aus. Er geht aus von diesem Bild des Autos, damit kommt er zu einer Aussage wie, naja, höchstens 5000 Modelle, mehr wird es nicht geben. So etwas wie ein Auto, das ohne Chauffeur betrieben werden könnte, war für Daimler damals nicht vorstellbar. Was wir in diesem Beispiel gut erkennen können, ist, dass unsere gegenwärtigen Annahmen über die Welt, unsere Weltbilder, unsere Denkrahmen, unsere Vorstellungen, bereits auch die Vorstellung von der Zukunft mitprägen. Wenn Daimler also diese Annahme hinterfragt hätte und von einer anderen Perspektive aus in die Zukunft geschaut hätte, hätte er auch einen anderen Blick in die Zukunft ermöglicht. Daimlers Annahme davon, dass also ein Auto ein Luxusgut sein muss, hindert ihn daran, sich das Auto als Massenprodukt vorzustellen. Und diese Vorstellungen sind außerhalb seines Vorstellungsraums. So wie wir es zum Beispiel hier sehen. Wenn also unser Herr Daimler jetzt in diesem Beispiel das Auto nicht mehr als Luxusgut begreift, sondern als alltäglichen Gebrauchsgegenstand, den sich am besten Fall jeder leisten kann, dann eröffnet sich ein völlig neuer Vorstellungsraum und damit auch ein anderer Markt, größere Absatzzahlen und so weiter. So hat es dann später Henry Ford getan und sein T-Modell aus der Taufe gehoben. Und damit auch die Zukunft des Individualverkehrs mit allen seinen Vorteilen und leider auch vielen großen Nachteilen, wie wir ihn heute kennen, ermöglicht. Was wir in diesem Beispiel schon bereits sehen können, sind die Grenzen unseres Zukunftsdenkens. Wenn wir also darüber nachdenken wollen, haben wir hier einen ersten Anfangspunkt. Unsere gegenwärtigen Annahmen über die Welt, schreiben sich in unsere Zukunftsvorstellungen mit ein. Dazu gehören zum Beispiel, wie auch schon gesagt, Weltbilder, kulturelle Prägung, bestimmte Praktiken. Sicherlich kennen Sie solche Aussagen, wenn Sie mit Leuten über die Zukunft sprechen, dann kommen solche Sätze wie, naja, ich glaube, das wird immer schon so sein oder vielleicht auch, das haben wir immer schon so gemacht. Oder auch Sagen, wie die finde ich persönlich sehr spannend, na, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja keine Aussage über die Zukunft, sondern eigentlich vielmehr über die Vorstellungskraft derjenigen Person, die das gesagt hat. Solche Aussagen sind wichtige Momente in meiner Arbeit und ich hoffe auch, dass es der Impuls, den ich auch an Sie geben möchte, hoffentlich auch in Zukunft für Sie, denn sie zeigen uns auf, wo die Grenzen sind. Und wir erlauben uns, diese Aussagen als Erkenntnismomente zu nutzen und uns zu hinterfragen, na, warum kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen? Was hindert mich denn daran? Hier passt auch sehr gut der Spruch von dem Zukunftsforscher und ersten Professor der Zukunftsforschung in den 60ern in Hawaii, Jim Data, der meinte, dass jede Vorstellung von der Zukunft erstmal lächerlich sein muss. Sie muss provokant sein, sie muss uns irgendwie darüber anders denken lassen, über das, was wir denken, was passieren wird. Und das passiert auch oft im Foresight, also in dem Feld, in dem ich arbeite, dass wir mit solchen lächerlichen Zukunften arbeiten, um dann zu fragen, was muss eigentlich in der Gegenwart geschehen, damit diese doch irgendwie unwahrscheinliche Zukunft Realität wird. Denn diese Übung hilft dabei, die Gegenwart anders zu denken. Und dasselbe möchte ich jetzt auch Sie fragen. Denken Sie nochmal zurück an die Zukunft, die Sie vor ein paar Minuten aufgeschrieben haben. Wie, wenn Sie sie als unwahrscheinlich begreifen, wie müsste sich Ihr Blick auf die Gegenwart ändern, damit diese Zukunft wahrscheinlich wird? Vielleicht denken Sie kurz darüber nach, schreiben Sie es noch mit dazu oder nehmen Sie es noch als Ergänzung. Oder anders gefragt, was hindert Sie eigentlich in der Gegenwart daran, diese Zukunft als wahrscheinlich zu begreifen? Was ist es für eine Annahme, die Sie herumtreibt, wo Sie denken, naja, so wird es nicht passieren. Wäre aber schön, wenn. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, das mich persönlich sehr inspiriert. Das geht ein bisschen weg von den Technologien, nämlich hin zur Natur. Das ist das Thema Naturrechte. Und dabei fange ich auch an, noch weiter zurück in die Vergangenheit zu springen, nämlich ganz am Anfang bei Adam und Eva. In unserem westlichen und christlich geprägten Weltbild gilt in der Regel das theologische Paradigma Dominium Trerale, was in der Bibel beschrieben ist als seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Der Mensch hier als Gottes Abbild darf also völlig selbstverständlich auch über Gottes Schöpfung herrschen und damit umgehen, wie es dem Menschen nützlich ist. Diese Vorstellung über das Verhältnis von Mensch zur Natur hat sich tatsächlich über die 2000 Jahre christlich-westliche Kulturgeschichte gehalten und auch die Aufklärung überlebt. Wir sehen das hier bei Alexander von Humboldt. Er spricht dann davon, dass wir über die Bearbeitung natürlicher Rohstoffe und wenn wir das nicht machen würden, würden wir als Gesellschaft zurückbleiben und im Wohlstand herabsinken. Auch hier eine zweite Annahme, die in unserer Gesellschaft sehr tief verankert ist, nämlich Wohlstand und in der Zukunft wird es immer besser und gepaart eben mit der Vorstellung, dass wir dafür die Natur nutzen sollten oder ausbeuten sollten, wie man auch heute sagt. Das legitimiert dann eben die Prozesse, in denen wir heute stecken. Also die Nutzung der Natur und ihre Ressourcen wurden gerade seit der Industrialisierung zur Staatsdoktrin und jede Nation wollte vor dem technologischen Fortschritt und dem Wohlstand profitieren. Meine Frage ist jetzt, was wäre, wenn, klassische Science-Fiction-Frage, wenn wir die Natur nicht als untertan, sondern vielleicht als gleichberechtigt betrachten würden? Wenn wir ihnen den Status eines Menschen einräumen würden? Sowas passiert gerade in anderen Kulturkreisen und ich würde sagen, bei uns scheint es irgendwie doch naiv oder unvorstellbar zu sein. So sehen wir zum Beispiel die Rechte der Natur seit 2008, sind fester Bestandteil der Verfassung von Ecuador. Ein Thema, mit dem sich auch die schweizere Künstlerin Ursula Biermann in ihrer Arbeit Forest Mind beschäftigt hat. Biermann erzählt über Science-Fiction-artige Narrationen, gepaart mit ethnografischen Interviews von Akteuren in Ecuador, wie es zu diesem Gesetz gekommen ist und wie hier Aktivismus und auch die Veränderung von Vorstellungsräumen eigentlich dazu beigetragen hat, so ein Gesetz in Kraft treten zu lassen. Artikel 71 der Äquadorianischen Verfassung besagt, dass die Natur, die Pachamama, ein Recht auf Existenz erhält und Regeneration, Existenz, Erhalt und Regeneration hat. Dabei ist es egal, ob es ein ganzes Ökosystem ist, über das man hier spricht oder ob es einzelne Territorien sind oder ein Fluss oder auch einzelne Tiere. Alle Bürger, Gemeinden und Nationen können im Namen der Natur dieses Recht vor Gericht einfordern und es führte 2021 zum Beispiel auch dazu, dass die Pläne zum Kupfer- und Goldabbau in dem Land gestoppt wurden. Solche Initiativen gibt es dann auch in verschiedenen Ländern seitdem. Neuseeland zum Beispiel gibt es ein Waldgebiet, das zur juristischen Person erklärt wurde. Es gibt einen Fluss und es gibt auch eine Bergkette, die den gleichen Status eines Rechtssubjekts bekommen haben. Und seit diesem Jahr gibt es auch in den pazifischen Cook-Inseln die Vereinbarung, dass Ozeantiere, speziell Wal und Delfine einen Personenstatus erhalten haben und damit das Recht haben, sich frei zu bewegen und natürlich auch nicht gejagt zu werden. Auf uns können diese Rechtsprechungen unwahrscheinlich, unvorstellbar wirken, fast lächerlich, wenn man mit bestimmten Personen spricht. Und auch hier denken wir wieder an Jim Data zurück. Jede Zukunft muss als erstes lächerlich erscheinen, damit sie denkbar wird oder damit man sich damit auseinandersetzen kann. Ganz egal, wie absurd sie ist. Denn der Grund dafür, warum sie für uns lächerlich erscheint, ist, dass es eben tief in unsere Kultur verankert, diese Vorstellung davon ist, dass wir in der Lage sind, die Natur und unsere Umwelt zu nutzen, wie wir es wollen, für unseren eigenen Wohlstand. Was wir also hieran sehen können, ist, dass mit einer Verschiebung des Denkraums auch ein neuer Vorstellungsraum aufgemacht werden kann und sich daraus auch alles völlig andere Zukunfte vorstellen lassen. Wollen wir also Zukunft neu denken, müssen wir zuerst anfangen, unsere Gegenwart anders zu begreifen. Für sowas, also solche neuen Perspektiven einzunehmen, kann es auch hilfreich sein, zum Beispiel die Perspektiven von anderen Kulturen anzueignen, wie es in dem Beispiel von eben gewesen ist. Andere Perspektiven können aber aus der Kunst stammen. In der Science Fiction zum Beispiel werden wir ständig in verschiedenen Situationen mit neuen Perspektiven, werden uns ständig neue Perspektiven angeboten. Wir sehen das in dem Roman Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft, da beschreibt der Autor in verschiedenen Kapiteln die Zukunft, zum Beispiel aus Sicht eines Protonen, das von der Sonne auf die Erde fliegt, oder auch aus Sicht der Marktwirtschaft, also da wird die Marktwirtschaft einer Person und spricht darüber, wie es ihm oder ihr in der Situation geht. Genau, auch das klingt erstmal absurd, erlaubt uns aber, anders auf unsere Welt zu blicken. In kreativen Methoden, wie zum Beispiel dem Design Thinking, dem Futures Writing, also dem gezielten Entwerfen von Zukunftsszenarien und dem kreativen Schreiben darüber, auch in sogenannten Futures Literacy Labs oder auch den Zukunftswerkstätten nach Robert Jung wird regelmäßig mit solchen Perspektivverschiebungen gearbeitet, um ein sogenanntes Reframing zu ermöglichen. Also Reframing bedeutet auch hier wieder die Annahme auf unsere Gegenwart zu verschieben. Das Verschieben des Denkrahmens mit dem Ziel, anders darüber nachzudenken, wie wir heute leben und was sich daraus für die Zukunft ableiten lässt. Und schlussendlich ist im zukunftsgerichteten Denken die partizipative Arbeit, also der Austausch mit anderen unumgänglich. Denn Zukunft ist am Ende des Tages immer noch ein Gemeinschaftsprojekt. Damit möchte ich ganz kurz zur dritten Aufgabe kommen und Sie anspornen, sich doch mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin kurz darüber auszutauschen, was Sie eigentlich für eine unwahrscheinliche Zukunft aufgeschrieben haben und warum Sie denken, dass es so ist. Vielleicht werden Sie merken, dass diese Vorstellung gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie Sie dachten, je nachdem, was Ihr Nachbar, Ihre Nachbarin Ihnen dazu sagt. Wir nehmen uns kurz ein, zwei Minuten Zeit. Kommen Sie ins Gespräch. Gut. Sehr gerne würde ich jetzt Mäuschen spielen und einmal reinhören, was bei Ihnen gerade diskutiert wird. Und wenn wir jetzt in einem Workshop-Setting wären, würde ich Sie natürlich auch bitten, jetzt weiter darüber zu sprechen und uns auch zu erzählen, worüber Sie gerade sich unterhalten haben. Da wir in einem Vortrag sind, würde ich jetzt einfach mit dem Vortrag weitermachen und zum nächsten Punkt kommen. Aber ich bin gespannt darauf, von Ihnen zu hören, worüber wir Sie gesprochen haben. Vielleicht finden wir nach dem Vortrag die Gelegenheit dazu. Gerne über einen Kaffee oder anderen Situationen. Gut. Andere Perspektiven können uns also dabei helfen, auch zum Beispiel über Technik-Zukünfte, also Technologie-Hypes zu reflektieren und diese zu dekonstruieren, wie es unter anderem in dem Feld der KI der Fall ist. Der gegenwärtige Diskurs um KI-Technologien teilt sich in zwei Lager auf. Auf der einen Seite sehen wir die Zukunftsvorstellungen und Versprechungen davon, was KI schaffen soll und können soll. So heißt es, dass KI beim Kampf gegen die Klimaveränderung zum Beispiel helfen kann, zusätzlich bis 2030 das Bruttoinlandsprodukt weltweit um 3,5 Prozent steigern würde oder eben auch verspricht, die Produktivität in verschiedenen Bereichen zu steigern. Solche Vorstellungen kennen Sie sicherlich aus vielen unterschiedlichen Feuilletons oder auch eben Technologiediskursen. Wenn wir in der griechischen Erzählung wären, dann wäre hier diese Narrative, dann würde die Technologie hier die Rolle der Deus ex machina einnehmen, also eine göttliche Maschine, die von irgendwoher daherkommt, den Konflikt der Geschichte auflöst und damit die Geschichte zu einem guten Ende verhilft. Dabei bleiben uns die Technologien in der Realität allesamt dem Beweis dafür schuldig, dass sie diese Versprechen einhalten könnten. Es existieren einzig die Versprechungen und die Annahmen ihres Erfolges, also die Erzählungen davon, wie sie die Welt in Zukunft höchstwahrscheinlich verändern oder verbessern würden. Auf der anderen Seite sehen wir die umweltfolgende Technologie. In 2019 kam eine Studie vom College of Information and Computer Science von der Universität Massachusetts heraus, die berechnet, dass das Training von KI-Modellen so viel CO2 verbrauchen würde wie fünf Autos in ihrer gesamten Lebenszeit. Sicherlich gibt es in dieser Studie einiges auszusetzen, zum Beispiel, dass es sich innerhalb der letzten fünf Jahre einiges getan hat in der Entwicklung von KI- Technologien, zum Beispiel auch um die Energieeffizienz zu steigern oder auch, dass nicht ganz klar ist, welche Form von Energieerzeugung hier eigentlich zugrunde liegt. Reden wir über Kohleverstromung, Solarenergie etc. Unterm Strich macht diese Studie aber auf eine Sache aufmerksam, nämlich, dass wir viel mehr über den CO2-Fußabdruck und die Umweltfolgen und Schäden aller Arten von KI sprechen müssten. Wir sehen also einen Diskurs, der sich wie folgt aufteilt. Auf der einen Seite steht die KI mit den Versprechungen und Hoffnungen, Lösungen für gegenwärtige Probleme anzubieten oder auch unsere Sehnsüchte von einem höheren Bruttoinlandsprodukt und einer gesteigerten Effizienz zu erfüllen. Diese Vorstellungen sind auch Teil unserer Gegenwart und wirken sich stark auf unseren Vorstellungsraum aus und darauf, wie wir KI in der Zukunft weiterdenken. Sie beeinflussen damit auch die Art und Weise, wie diese Technologien entwickelt werden. Auf der anderen Seite sehen wir uns mit den ganz realen und akuten Umweltfolgen der KI konfrontiert und das sind nur eine von mehreren Folgen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch ethische und soziale Aspekte eingehen, aber dafür wird die Zeit leider zu knapp. Hierbei laufen wir also Gefahr, unseren Blick auf die Gegenwart zu verlieren und nur über die Zukunftsversprechung zu diskutieren. Um sich also einen Weg in die klimaneutrale Zukunft von KI-Technologien vorzustellen, braucht es auch hierfür ein Umdenken in der Gegenwart. Dafür hilft es unter anderem mit anderen Menschen, über diese Technologien zu sprechen und ich möchte dafür ein letztes Beispiel auch hier aus der Kunst bringen. Der Medienkünstler Afrane Markow aus Ghana forscht und arbeitet zu den globalen Transportwegen von digitalen Technologien. In Ghana, in der Stadt Ackar, gibt es eine der weltweit größten Elektromüllhalden und diese Müllhalden sind, wie Sie sich denken, können sicherlich auch hochgiftig und absolut schädlich für die Umwelt und auch die Natur- und Wasservorräte des Landes. In seinen Arbeiten, die wir rechts sehen, verarbeitet der Künstler den Elektromüll aus diesem Müllhalden zu Skulpturen und raumfüllenden Installationen. Diese werden wiederum in Galerien und Museen ausgestellt, unter anderem auch, ich glaube, hier in Berlin im HKW, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall auch in Dresden in diesem Jahr. In seinen Arbeiten macht Markow also die globale Vernetzung von diesen Technologien aufmerksam und verweist auf die ganz realen und tatsächlichen Komponenten und Folgen von KI. Seine Arbeiten reflektieren den Abbau von seltenen Erden in Afrika, die Herstellung und Verarbeitung in Asien, den Verkauf und die Nutzung in Europa bis hin zur Entsorgung der Geräte in Ghana. Wir haben also einen Kreislauf. Hierbei zeichnet er ein sehr ernüchterndes Bild von KI und digitalen Technologien, das sich nicht über die Vision entspricht, sondern über die physische Realität dieser Technologien. In einem Vortrag über seine Arbeit in Dresden machte der Künstler den gegenwärtigen Diskurs um KI und dessen Zukunftsvorstellungen wie folgt auf den Punkt. Wir leben in einem Simulakrum, in dem wir die Elektronik, das Digitale und das Virtuelle idealisieren und den Teil nicht sehen, in dem die Technologie langsam unsere Lebensweise zerstört. Dieses Beispiel macht deutlich, wie wirkmächtig Zukunftsvorstellungen eigentlich sind in unserem gegenwärtigen Diskurs und wie schwer es uns manchmal fällt, tatsächlich hier den Blick von der Zukunft wieder zurück auf die Gegenwart zu richten. Wenn wir also darüber sprechen, die Zukunft anders zu denken, was heißt das eigentlich? Hier sind drei Punkte, die Sie hoffentlich für den Tag heute mitnehmen können und die Ihnen dabei helfen sollen, genau diese Aufgabe zu erfüllen. Erstens, Zukunfts entstehen immer aus der Gegenwart heraus. Unsere gegenwärtigen Annahmen offenbaren uns die Grenze, unser Vorstellungsraum und definieren damit die Grenze von dem, was wir als wahrscheinlich oder sogar möglich erachten. Zweitens, unser Denken über die Zukunft ist oft technologiegetrieben und verliert sich in den Versprechungen und Hoffnungen eine neue Perspektive. Auf die Gegenwart ermöglicht es uns daher, diese Zukunft auch anders zu denken. Dieses Reframing von gelernten Wissen, Annahmen und Traditionen mag uns vielleicht eigenartig oder sogar lächerlich erscheinen, liegt aber nur daran, weil es für uns ungewohnt ist und weil wir es üben müssen. Und als dritten Punkt, die Zukunft anders zu denken, heißt auch neue Perspektiven zu bekommen und diese lassen sich am besten im Austausch mit anderen Menschen entwickeln. So braucht es manchmal den Blick von außen, ob das jetzt aus einer anderen Kultur ist, aus der anderen Seite der Erde oder vielleicht auch einfach nur das Gespräch mit dem Nachbarn. Es braucht einen Blick auf außen, auf unsere Zukunftsvorstellungen, um damit auch die Inspiration für eine neue Bewertung unserer Gegenwart zu erlangen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.